Wo wir damals die Songs geschrieben haben und ich habe hinter die Texte dazu gemacht, dann habe ich gemerkt, die fünf Texte, die ich schon hatte, waren über den Vietnamkrieg. Und dann habe ich das Thema noch weiter vertieft und dann habe ich gesagt, komm, das Thema Vietnam bietet genug Material, um viele Texte darüber zu schreiben. Ich bin ja auch beeinflusst von den ganzen Kinofilmen. Vor zwei Tagen war noch Apokalypse neu im Fernsehen, so eine Art Final Cut. Da ging bis halb zwei nachts, da bin ich aber drangeblieben, obwohl ich den Film schon längst kennen hatte. Nein, ein Konzeptalbum, in dem Sinne, haben wir auch gar nicht vorgehabt. Das kann man auch nicht planen, glaube ich. Ich glaube, ein Konzeptalbum ist auch musikalisch. Es ist auch so, dass die Songs musikalisch miteinander verbunden sind. Aber die Songs auf der MC-Scene so vielfältig, also musikalisch ist das kein Konzeptalbum. Es ist halt viel über den Vietnamkrieg geschrieben worden, auf jeden Fall. Naja, der Tom ist ja bekanntermaßen Kriegsgegner. Auch wenn andere Leute was anderes behaupten, dem ist nicht so. Der ist Gegner. Und da bot sich das einfach an. Da kam der, nicht der Titelsong, aber der erste Song auf dem Album, Among the Weird Kong. Der stammt von mir. Und da haben wir gesagt, okay, da könnte man in diese Richtung dann einfach mal gehen. Da gibt es auch zum Beispiel Surfing Bird. Ist da ja auch drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Das Geilste war, wir wussten nur ungefähr, mehr wussten wir nicht. Wir wussten überhaupt nicht, welcher Song das ist. Und dann bin ich damals in den Plattenladen rein, hier ins Archiv in Dortmund. Ich sag, hör mal, ich suche eine Platte. Was ist denn für eine? Ich sag, keine Ahnung, die geht so. Und der hat wie aus der Pistole geschossen. Ach, du meinst hier, Surfing Bird. Ich sag, gut, wenn ich den meine. Ja, aber so ungefähr ging das damals zur Sache. Das war, also wir haben uns da schon wirklich sehr, sehr viel bei gedacht. Also auch, als die Songs dazu entstanden sind. Die sollten schon, bei Marines beispielsweise, das Marschgetrappel und so. Das war schon ähnlich, war es ja auf der Code Red schon. dieses Gequietsche am Anfang, das ist ja von Full Metal Jacket. Tom hat immer, das Thema Krieg hat ihn immer fasziniert. Ich mein, kein Geheimnis, wenn du mal im Bäckkatalog von Sodom mal blätterst. Tom hat sich da recht intensiv mit auseinandergesetzt. Und es ist seine Idee gewesen, soweit ich mich erinnere, zu einem Konzeptalbum halt das Ganze zu machen. Und ja, war ja natürlich ein cooles Thema. Ich mein, durch die Filme wie Apokalypse Now, Full Metal Jacket und so, war uns natürlich auch ein Begriff gewesen. Oder wir haben das früher sogar in der Schulzeit sogar früher noch so am Rande mitbekommen. Also das war schon eine ganz interessante Sache. Und passte natürlich zu Sodom wie die Faust aufs Auge. Also wir fanden die Idee, denke ich mal, von Anfang an recht gut. Ich persönlich sehe das nicht so, nee, tatsächlich nicht. Das wurde vielleicht damals, ich kann mich so dunkel erinnern, das ging so ein bisschen in die Richtung, dass wir gesagt haben, ah, wollten sie da anknüpfen mit moderneren Sound oder ähnliches. Aber Agent Orange ist ja viel, viel thrashiger, sag ich mal, als das M6C. Das M6C-Album als solches hat ja auch viel groovige Songs, ja. Napalm in the Morning beispielsweise. Sowas, also würde ich persönlich jetzt nicht so sehen. Für mich persönlich ist das eigenständig. Klar, es handelt auch vom Krieg halt. Aber für mich ist das jetzt keine Fortsetzung davon oder so, sondern ich denke, das ist eine eigenständige Sache. Es war ja auch ein ganz anderes Kapitel, war ein anderes Line-up gewesen in der Band. Und, und, und. Also ich habe es jedenfalls so empfunden. Ich weiß nicht, ob der Tom damit eine Fortsetzung geplant hatte, das glaube ich aber nicht. Also ich habe es jedenfalls nicht so empfunden. Für mich war das ja so eine einmalige Sache, wie wir das dann halt umgesetzt haben. Es gibt kein Nachfolgealbum. Ich sage mal, wenn man, die Angel Ones sind ja auch, das sind ja auch nur zwei, drei Songs über den Vietnamkrieg. Wenn man Exhibition baut oder Electrocution haben nichts damit zu tun eigentlich halt. Ich sage mal, die Cover sind dann in der Edelsicht immer so ein bisschen halt so, die Coverkonzepte, aber hat nichts miteinander zu tun einfach. Aber ich schreibe ja heute auch noch Songs über Vietnam. Also nicht, dass ich jetzt ein Vietnam-Fan bin oder sowas, weiß aber. Es ist einfach so, ich habe das immer schon so interessiert halt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bands absichtlich Faschismus oder Rechtsradikalismus propagieren, um Musik zu verkaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich sowas gibt oder dass es wirklich eine Käuferschicht gibt. Es gibt ja so Faschobands, auch deutschsprachige und sowas, die sowas machen halt. Es gibt ja offensichtlich auch eine Szene dafür, die sowas kaufen halt, ne. Ja, was soll ich da zu sagen, also, geht natürlich gar nicht, ne. Ja, gar nicht, gar nichts von. Also wenn das jetzt wirklich offen ist, dass man sagt, keine Ahnung, welche Bands es da gibt, weil ich mir sowas eigentlich anhören würde oder so. Aber wenn du natürlich mit diesem Narrativ spielst und findest ein geeignetes Publikum auch noch dafür. Ne, kein Verständnis, null. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hört es auch dann bei mir auf. Ich würde die jetzt nicht versuchen rauszufinden, rauszupopeln und da hinterher zu jagen. Das würde ich nicht machen. Aber wenn es solche Bands gibt, dann sage ich ganz offen, da habe ich kein Verständnis für. Null. Da ist dann auch irgendwie mein Loyalitätslevel weg. Geht nicht. Klar, wir haben mit dieser ganzen Szene nichts zu tun. Du findest doch bei mir keine politischen Botschaften drin. Oder politische Meinung ist in den Text noch gar nicht drin, halt, ne. Man beschreibt den Krieg so, ich beschreibe nicht den Krieg als politisches Ereignis. Ich beschreibe so einen Krieg so Mann gegen Mann. Wenn ich jetzt in Vietnam als US Marine kämpfe gegen die Vietnamesen oder sowas. Wo dann Mann gegen Mann geht, wo sich gegenseitig im Bayonett absticht und sowas. Der Krieg des kleinen Mannes. Der findet ja bei den Soldaten statt. Der weiß ja gar nicht, wie die politischen Zusammenhänge sind, halt, ne. Und solche Szenarien versuche ich zu beschreiben, halt, ne. Ich lasse Politik da komplett raus, halt, ne. Auch bei Songs wie nicht mehr mal Land oder sowas. Das ist eigentlich relativ unpolitisch. Das bekundet einfach nur meinen Unmut, den ich habe, in dieser Gesellschaft zu leben, halt, ne. Natürlich, sowas gehört nirgendswohin. Das gehört nicht in die Musik, das gehört nicht in unsere Gesellschaft. Das gehört einfach nirgendswohin. Also ich kann nicht im Ernst glauben, dass irgendjemand den Krieg feierlichen möchte. Oder ich weiß, das tun Leute natürlich. Aber, ja, sowas darf man nicht supporten halt. Ist doch logisch. Ja, für viele war es dann so ein bisschen auch, ähm, der hat doch schon mal nicht mehr mein Land. Dann hat er die deutsche Nationalhymne beim Bombenhageln mit drin. Dann haben sie schon mal mit den Onkels gespielt. Dann waren sie schon mal auf dem Stilfest. Jetzt wollen sie nochmal auf dem Stilfest. Ja, Faschisten. Völlig, völliger Blödsinn. Also, da war ich wirklich vor den Kopf gestoßen. Da waren da wirklich ein paar dabei, wo ich gesagt habe, ey, das geht gar nicht, ne. Und da gab es ja auch eine Kolumne. Eine Kolumne hat einer geschrieben, Solom Schulterschluss mit den Nazis. Zwei Tage später war das. Kennst du bestimmt auch die Kolumne. Und dann, da haben sie ein Foto abgebildet hier von so einem Faschokonzert, wo die so stehen. Ein paar Glatzen dabei. Das erdeutert natürlich darauf hin, dass das beim Solom-Konzert fotografiert worden ist, ne. Total irre. Da hat mein Anwalt gesagt, da können wir was machen. Ich sage, haupt, die machen da gar nichts. Also, ich kann nicht nur sagen, da hat man mir und uns komplett Unrecht getan. Wir haben das Zielfest auch abgesagt, wir werden auch da nicht mehr spielen. Wir haben auch mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen. Der hat da selber gesagt, der hätte nicht damit gerechnet, dass das so weite Kreise zieht, ne. Weil wir waren ja schon mal da, mit Bernmann und Macker. Da haben wir gar nicht gemerkt, dass da irgendwie so komische Leute rumlaufen hat, ne. Das sind ja nicht die Leute, die auf der Straße, das sind die Leute, die rechts sind, denen man das gar nicht ansieht, ne. Die gegenüber einem Haus im Wohnzimmer sitzen, wo der Fernseher an ist. Das sind vielleicht ein paar Richter, ne. Wir haben mit der fascho-rechtsradikalen Szene, haben wir nichts mit zu tun halt. Und kann sein, auf einmal auf Festivals gewesen sind, wo mal eine andere Band dabei war. Ja, aber die kenn ich doch nicht. Ich bin doch gar nicht mehr. Der Jörg, der ist auf dem Laufenden. Der hat dann auch gesagt, oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich sage, ich kenne die Bands gar nicht. Die kannten viele nicht. Jetzt sind die Bands auf einmal ganz bekannt geworden, ne. Da werden wahrscheinlich alle drei dasselbe sagen, als wir da wirklich mit den alten Veteranen saßen, die auch alle in Deutschland gearbeitet haben. Die haben alle Deutsch gesprochen. Das war total geil. Also das war geplant für eine halbe Stunde. Das war so eine Siedlung. Und daraus geworden sind, glaube ich, acht Stunden oder neun bis in den Morgen. Die sind immer wieder los, haben Bier geholt und so. Das war massiv beeindruckend. Weil der wirklich erzählt hat, wie das war und wie sie dann nach dem Krieg, was dann passiert ist, dass sie nach Deutschland gekommen sind, Arbeit gefunden haben. Und dann war irgendwann die Arbeit vorbei. Und dann wurden die einfach wieder alle nach Hause geschickt. Und da waren wirklich, also die hatten, da waren echt kriegsversehrt dabei. Das war Beine ab, Arme ab, Verbrennung, die ganze Seite. Mit denen saßen wir da da am Tisch. Also das war... Ja, also wir haben einen superschönen Abend verbracht in so einem Veteranenheim. Wir sind da mit Leuten vom Fokus, von dem Magazin, sind wir da so um die Häuser gezogen. Und die haben für uns ein Treffen arrangiert. Wir wollten an einem Abend wollten wir in die bekannteste Szene-Kneipe gehen. Der Club nennt sich, ich glaube, der heißt Apokalypse Now Club. Und das ist so eine Anlaufstelle für so US-Veteranen, die dann wohl auch ihren Söhnen... Also das hat man da gesehen. Da waren viele halt, glaube ich, auch mit ihren Söhnen da gewesen und haben halt so gezeigt, wo der Papa halt früher da gekämpft hat. Und die haben denen da so ein bisschen was, so als so Trip in die Vergangenheit, haben die da so ein bisschen was zeigen wollen. Und in diesem Club, da gingen also fast nur Amerikaner ein und aus. Das war wie so eine Diskothek halt, konnte man was essen und so. Wir wollten da hin und wir wollten vorher noch uns treffen mit ein paar vietnamesischen Veteranen, die halt auch zum Teil verletzt worden sind im Krieg. Und dann sind wir in so ein Veteranenheim gegangen mit den Leuten vom Fokus. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, wie das Ganze ausgegangen ist. Also wir waren nachher wesentlich länger bei diesen Veteranen gewesen. Also in dieser Disco, das hätten wir uns sparen können. Dann hätten wir auch in irgendeine andere Disco gehen können. Also Apokalypse Now Club hörte sich geil an. Aber im Prinzip war das eigentlich nichts Besonderes gewesen. So habe ich das jedenfalls empfunden. Und wir sind an dem Abend vorher, wie gesagt, mit Veteranen haben wir uns auf so einem Hinterhof, haben wir uns da hingesetzt und da war einer, der hieß Theo, das weiß ich noch. Der war halt auch schwer verletzt worden, auch mit Napalm. Er hat also sehr viele Verbrennungen erlitten und ist, ich glaube, behandelt worden in Ostdeutschland, in der damaligen DDR. Da waren ja sehr viele Vietnamesen. Der konnte auch Deutsch. Und wir haben uns dann nicht nur mit denen unterhalten, wir haben uns auch richtig gut eingetrunken. Das war sehr geil. Da habe ich tatsächlich auch noch ein paar schöne Fotos gefunden die Tage. Und dieser Abend, der hat mich da am meisten beeindruckt. Also wie diese Leute damit umgehen, was da passiert ist. Und ich hatte so den Eindruck, die waren jetzt so gar nicht verbittert einfach. Die haben halt ja recht tapfer halt, wie die mit ihrem Schicksal da umgehen. Zum Teil wirklich schwer verstümmelt worden, aber wirklich sehr, sehr offene, sehr freundliche und extrem nette Leute. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, den Abend da sich mit denen zu unterhalten und ein paar Bierchen zu trinken. Also das war sehr, sehr lehrreich auch. War eine coole Sache. Der ganze Trip. In Thailand ist ja alles kein Problem. Da haben wir auch gespielt und so. Da kann man auch hinfliegen ohne Probleme. Ist alles gut und schön. Aber Vietnam war schon was ganz Besonderes. Das Fingerschein, wo wir dann gelandet sind, am Hotel. Wir haben alle Kohlenampf gehabt. Da sind wir in so ein Restaurant gegangen und da konntest du draußen sitzen. Die Karte. Da konnten wir einfach nur Finger drauf halten. Da kamen dann irgendwie, da waren glaube ich Meerschweinchen oder so am Spieß gegrillt und mit so Zitronengrassalat. Führe ich da nicht. Da konnte ich essen halt. Aber wir haben dann gesagt, oh lecker und so. Und dann das ganze Drumherum überhaupt. Dann haben wir natürlich auch Kontakt zu einer Metal-Szene. Sagt, da gibt es auch so einen Metal-Pubst in Saigon. Das ist der bekannteste Metaller. Und die hatten uns dann unten in so einen Keller rein, in so einen Club eingeladen und so. Da waren dann so ein paar Metaller und die konnten gar nicht glauben, dass wir überhaupt, dass wir da sind halt. Da haben wir denen erklärt, wir wollen so ein Album schreiben und wollen uns ein bisschen erkundigen und so. Das war schon krass halt. Aber draußen, das rumlaufen mit Kucken oder so oder lange Haare geht gar nicht. Das war dann zu der Zeit noch ziemlich verpönt. Ich weiß gar nicht, was das für ein politisches System da war. Aber die Jugendlichen waren dann schon alle so, die sahen alle gleich aus. Und langhaarige Kerle sowieso nicht. Das war schon krass halt. Aber auch dann fast unmöglich, da zu spielen halt. Da gab es einen Laden, der hieß Apokalypse Now. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, da zu spielen und da ein Konzert aufzunehmen. Total krass war das. Aber hinterher war ja der Kultusminister oder einer von denen, der hat dann, du musst das alles beantragen. Da kann nicht jeder machen, was er will. Jemand hat irgendwie abgelehnt als zu pro-amerikanisch. Auf dem Album ist ja auch ein Song da, der heißt Marines und relativ pro-amerikanisch. Das war keine Chance dann halt. Ich hoffe, dass man irgendwann nochmal hinkommt, dass man das nochmal machen kann. Und natürlich Ho Chi Minh City, Saigon. Wir haben immer Saigon gesagt. Heißt aber eigentlich Ho Chi Minh City. Wo wir in dem Club waren, Apokalypse Now. Habe ich tatsächlich ein Polo-Shirt von. Keine Ahnung finde ich jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich ein Polo-Shirt von Apokalypse Now Bar Saigon. Also ist schon wirklich heftig. Nein, also musikalisch mit Sicherheit nicht. Also es mag sein, dass der Tom vielleicht an den Texten da nochmal irgendwie Hand angelegt hat. Aber das müsste der Tom sagen. Also von mir aus nicht. Also die Songs waren ja eigentlich auch schon fertig. Ich habe zumindest dann bei den Texten nochmal ein bisschen Hand angelegt halt. Ich denke, wenn man so bei den Kino-Verfilmungen sieht oder hört, ist das ja nicht unbedingt immer die Wahrheit halt. Aber wir haben uns ja auch mit den Soldaten, da waren ja auch alles vietnamesische Soldaten, mit denen unterhalten. Und die haben ja auch genau erklärt, wie das so abgelaufen ist. Wie der den Napalm abgekriegt hat. Oder wie dann später auch dann durch Agent Orange dann die ganzen Missbildungen die ganze Missgeburt durch die Frauen und so. Da waren schon harte Geschichten bei. Wo wir dann auch wirklich schockiert waren. Und vor allem das Kriegsverbrechermuseum, da hängen ja Bilder, die siehst du normalerweise auch im Internet nicht. Das war schon heftig. Das muss ich schon sagen halt. Da habe ich dann einfach noch ein bisschen mehr Emotion und auch ein bisschen mehr Aggression in die Texte reingelegt. Ich habe da auch noch was geändert, ja. Die Musik stand eigentlich, glaube ich, schon so mehr oder weniger. Ja, das ist schon ein paar Tage her. Soweit ich mich erinnere, ist beim Mastern von der M16 einfach nicht der Aufwand betrieben worden, den wir normalerweise gemacht haben. Ich bin selber auch nicht vor Ort gewesen in dem Moment. Aber ich meine mich zu erinnern, dass dort schon am Sound noch mal was verändert wurde, jetzt über den Mix drüber hinaus. Aber ich glaube, das war kein besonders aufwändiges Mastering, weil die Zeit hat da uns unter den Nägeln gebrannt. Da war nicht mehr allzu viel Luft. Und das ist mein, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das relativ schnell gemacht worden. Und Harris hat da noch mal was gemastert oder hat irgendein Programm, hat die Songs da drüber laufen lassen. Ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber es war definitiv nicht der Aufwand, den man heute oder den wir auch damals schon betrieben haben, wenn die Sachen noch mal in ein Masterstudio gegangen sind. Das ist also definitiv nicht passiert bei der M16. Das weiß ich noch ganz genau. Wir waren mal mit Harris Jones aufgenommen. Im Spider-Haus in Lütte. Und wir waren knapp mit dem Mischen dran. Also ich weiß, ich plant mir immer gesagt, ey, das muss jetzt kommen. Ihr habt keine Zeit mehr, nix. Und dann hat der Harris das selbst noch gemastert. Wie gut das jetzt war. Das kann ich 20 Jahre später nicht mehr beurteilen. Also ich hatte damals, konnte ich nicht sagen, ist das jetzt gut, was er da gemacht hat oder nicht. Ja, deswegen. Also da hatte ich von Master und sowas auch nicht wirklich, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das müsste aber noch mal separat gemastert werden oder sowas. Also ich weiß nur, es ging nicht ungemastert zur Plattenfirma. Das ist klar. Aber die Zeit drängte. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass wir da im Regieraum saßen. Und es auf einmal, Tom kam rein und sagte, ey, die wollen das Album jetzt irgendwie übermorgen haben oder sowas. Und wir waren eigentlich noch im Mischvorgang. Das weiß ich noch. Aber, naja, das war schon interessant seiner Zeit. Das klang doch so ganz gut. Also ich kann mich dran erinnern. Also da war ja, sagen wir mal, da muss man sagen, da war so gerade der Übergang vom Analogrecording zum Digitalrecording. Genauso war es mit dem Mastern halt. Und das war ja beim Harris, ich meine, das war sowieso geil. Wir waren ja drei oder vier Wochen zusammen im Studio mit der ganzen Band. Das haben wir ja seitdem nicht mehr gehabt. Dann ist ja so, heute macht einer die Gitarren zu Hause oder wir gehen dann in so ein Studio in die Nähe irgendwo. Oder wir machen hier. Und damals, das ist auch ganz wichtig zu sagen, da war wirklich die Band im Studio, drei Wochen oder vier, immer zusammen. Das heißt, wir haben von morgens bis abends, wenn Harris mal da war oder mal nicht, haben wir dran gearbeitet, abends Bierchen. Oder wir haben draußen gegrillt oder so, weißt du, herrlich. Also da seh ich mich wirklich nach zurück, nach solchen Zeiten halt. Ja, wir haben dann gesagt, wir haben dann gehört, ich sag, das klingt doch eigentlich ganz gut. Wir müssen natürlich ein Master abgeben. Master heißt ja auch nicht unbedingt, dass du jetzt den Klang veränderst. Das heißt, wir haben dann nur so weit gemastert, dass der Pegel stimmt und dass sie die Locator setzt für die einzelnen Songs, reicht. Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören. Also das war, das fing schon super an im Studio. Also soweit ich mich erinnere, hatte der Tom, der hat sein Luftgewehr mitgebracht. Und was passiert, wenn da drei betrunkene Musiker ist, die Langeweile haben, eine Kiste Bier und ein Luftgewehr. Also das Studio von Harris, das hat ja nicht umsonst den Namen Spider-House. Und da gab es tatsächlich sehr viele Spinnen, die an den Wänden und an der Decke rumgeklettert sind, bevor wir gekommen sind. Und der Tom, der hat dann sein Luftgewehr mal mitgebracht und dann haben wir uns dann Spaß draus gemacht und haben mal geguckt, wie nah wir an diesen Spinnen vorbeischießen können. Getroffen haben wir selten, also an alle Dierschützer, aber das blieb natürlich im Putz hängen halt, so ein Diabolo. Und ja, Harris war not amused, sag mal so. Also wir haben uns da wirklich die Zeit sehr schön vertrieben. Also zu der Zeit war das dann wirklich so, dass wir dann halt auch als Band geschlossen ins Studio gegangen sind. Wir haben jetzt nicht alles, der Tom war vielleicht schon mal vorher da oder kam später wieder. Aber wir haben auch als Band, das fand ich ganz geil, wir haben sehr viel Zeit zusammen im Studio verbracht. Abends vielleicht auch mal eine Flasche Bier zusammen getrunken, ein gepflegtes Pilz. Und nee, das war eine schöne Zeit. Also da denke ich sehr gerne dran zurück. Das hat viel Spaß gemacht halt im Studio da. In Lütte war das gewesen, ja. Ja, also das war zu den Recordings, die habe ich da in ganz angenehmer Erinnerung. Und ja, die Trips, die wir gemacht haben, das war natürlich auch vom Feinsten. Also wir haben da Sachen erlebt, die wir haben uns manchmal gegenseitig angeguckt und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, doch. Also das war schon toll halt. Ja, die Release Show, die war Bombe gewesen. Dann unser Trip nach Vietnam, wo wir sehr viel gesehen haben, sehr viel unternommen haben halt auch. Und das waren so Dinge, da kannst du auch lange von zehren. Also das waren wirklich ein paar ganz geile, ganz eindrucksvolle Reisen auch, die wir da gemacht haben. Und natürlich viele, viele Geschichten erlebt haben. Auch bei den Recordings eigentlich großartig kurios ist es nicht. Das ist ja immer relativ, ich weiß nicht, man stellt sich da immer so vor, man sitzt da und es passiert viel. Nö, du bist weg von zu Hause, gehst aus einem bestimmten Grund ins Studio. Ich habe in der Regel immer angefangen und da hast du eigentlich kaum Zeit, dass irgendwas passiert. Bist ja nicht weg, kannst du da jetzt auch irgendwie keine große Party machen oder sowas, sonst kannst du am nächsten Tag nicht mehr spielen. Also ich nicht, auch damals nicht. Da muss schon immer, das habe ich immer sehr, bin jetzt immer relativ diszipliniert angegangen. Also sprich, bei den Recordings würde mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen. Ich habe ja so aus Spaß an der Freude, da habe ich ja mal ein Luftgewehr dabei gehabt, im Studium, wenn ich mal Langeweile habe. Und dann war der Herr, das war schon am Pille und wir haben abends immer die dicken Spinnen mit dem Luftgewehr von der Wand geschossen. Und da ist natürlich auch der Putz immer mit abgeflogen halt. Boah, der Herr ist ihr Schwein und so, da muss man hinterher auch ein bisschen was bezahlen für. Und dann bin ich morgens in der Küche, da muss ich einmal früher auf der Bahnhof, da habe ich Licht angemacht in der Küche und überall die Mäuse, abgehauen. Und dann, boah, ich sage, Herr, das geht gar nicht, die ganze Küche, da sind immer Mäuse, wir haben auch unsere Sachen da alle stehen. Und dann sind wir dann zum Baumarkt gefahren, haben wir so diese Mausefahl gekauft, bestimmt 20 Stück oder was. Da haben wir dann abends hingelegt und nachts hast du immer so klack, 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 klack. Boah, ich denke, boah. Und dann morgens haben die Mäuse alle eingesammelt, das war wirklich ein Erlebnis, das war ein Abenteuerunat. Und dann nebenbei noch eine Platte aufnehmen, das war so wirklich krass. Aber mit den Spinnen, wenn da einer eine Spinnenfubie hat oder so, da werden viele abgehauen. Ich meine, ich bin da relativ schmerzfrei. Und das waren alles so dicke, wie, was weiß ich, europäische Winkelspinner. Das sind die, die man so kennt, die dann so an der Wand kauern halt. Und die können auch groß werden, die Weibchen vor allem. Zumindest so groß, damit die Luftgewehr nicht trifft. Aber wir hatten auf jeden Fall viel Spaß dabei. Da ist ja nicht nur Arbeit, wenn man dann so ein bisschen lockerer angeht. Ich glaube, das merkt man im Album auch an, das ist auch relativ entspannt, ohne Druck. Ab 50 ist es dann sowohl. So. Ja. Ja, hier ist das gute Stück. Heute bei mir frisch angekommen. Unterzeugen. Unterzeugen. Das ist ja, die M16-Box. Reichlich schwer, das Ding. Ist richtig massiv in der Hand. Sieht aus wie so eine Munitionskiste oder so angedeutet. Und ja, das ist schon richtig schwer. Also das schreit schon nach viel Inhalt hier. Machen wir das Ding mal auf. Ja, also die Idee war erstmal, ob wir eine normale Box machen, wo der Deckel eigentlich von oben auf geht halt. Und da kamen wir so, wir haben ja alles rum. Da ist das Schöne bei der BMG. Da war dann Philipp bei und wir hatten, der Roland, der ist ja der Grafiker, der für die Arbeit hat. Da haben wir dann noch wirklich Brainstorming gemacht. Was kann man überhaupt machen? Was passt dann dazu? Hier ist dann so ein Sticker drauf. Jetzt muss man sehen, da ist alles hier lackiert und der Sticker ist matt. Dann selber haben wir hier dann halt, der M16 Special. Kaliber 5,56, da ist das Kaliber von der M16. 26 Songs drauf, bla bla bla. So, das kann man jetzt, das sollte sogar eine Metallbox werden. Was sagst du jetzt? Aber es gab wirklich Rohstoffprobleme, das heißt bei Metall genauso wie auch bei Pappe. So, das kann man jetzt hier oben aufmachen. Das geht schon mal gut los hier. Dann gibt es hier eine Patrone, Final Bullet. Ist aber ein USB-Stick. Hab ich schon gesehen. Oh. Also ich muss sagen, Tom, du hast eine gute Arbeit gemacht. Ah. Okay, hier gibt es noch eine Erkennungsmarke. Dann haben wir hier so ein leckeres Kettchen. Aber da gehören noch immer zwei dran, ne? Aber vielleicht ist das schon, vielleicht hat es den schon da hingerafft, von dem das ist. Was steht denn da drauf? M16 Special. Listen to Sodom. Na ja. Ich habe sie, glaube ich, auch erst einmal ausgepackt gehabt oder so, für die Fotosession. Soll ich jetzt mal kurz zeigen? Ja, ne? So. Hier mal. Das macht nicht das Artwork praktisch ohne, ohne Logo und ohne Titel. Im Prinzip so wird Axel Herrmann gemacht hat damals, ne? Fand ich auch mal eine gute Idee, das einfach so ein Querformat zu machen, ohne Sodom-Logo. Ich glaube, was mir gut gefallen hat, das ist jetzt hier nochmal so ein Heft, wo nochmal ganz viele Fotos drin sind. Und der Manfred Eisenblätter, der hat hier eine Story geschrieben, über die Entstehung von den Aufnahmen und von unserem Trip nach Thailand, nach Vietnam. Also ist eine ganz coole Sache, ne? Wenn man sich das mal anschaut, ist auch ganz, denke ich mal, ist auch nicht ganz ordentlich gemacht. Haha. Ja, was soll ich sagen, ey? Haha. Ja. 40 Seiten Liner Notes. Booklet. Mit Unterschriften. Wow. Ja, so 20 Jahre danach, ich bin echt begeistert, muss ich sagen, gerade. Wow. Da haben sie ja wirklich, da haben sie ja wirklich, die Autogrammkarten. Haha. Das weiß ich noch. Da kamen wir in so ein Mega-Monsul-Regen. Also das war wirklich, binnen 60 Sekunden, hast du die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Wir waren da mitten im Dschungel, wir waren da tatsächlich im Dschungel. Das sind keine Studio-Bilder oder sowas. Das ist tatsächlich da vor Ort damals passiert. Ja, das ist natürlich, Gott. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich... Das ist ja vom Designer jetzt eine Original-Bedienungsanleitung. Von der M610 haben wir gesagt, so als Grafik genommen. Aber das passt einfach dazu. Kann man das erkennen ja, ne? Ja, das ist natürlich jetzt tonnenweise dann... Ich bin echt ganz begeistert davon. Eigentlich mag ich diese ganze Re-Release nicht, aber hier ist wirklich was Besonderes. Und Manni hat dann die ganze Geschichte geschrieben. Der Manni war ja die ganze Zeit dabei, wo wir in Vietnam waren, wo wir in Thailand waren. Wir waren die Fotosession, die waren glaube ich fast in Kambodscha. Aber ich konnte mich selber gar nicht mehr so richtig genau daran erinnern. Und der Manni hat natürlich das alles auf dem Schirm gehabt, ne? Und ich sag mal, wenn einer den Text schreiben kann, dann muss er das Manni machen. Weil der Manni wirklich detaillt's noch. Der weiß doch... Ja, wir haben... Da muss ich auch sagen, wir haben die ganzen Journalisten einfliegen lassen aus... Zwölf Journalisten aus 15 Ländern. Tja. Und der hat auch so eine irrsinnige Aktion, das überhaupt so zu promoten, so ein Album halt, ne? Da hat er gesagt, wir machen das in... Jetzt nicht in Vietnam war es ja nicht möglich, wir machen das in Thailand. Auf so ein Boot gemietet und da sind die ganzen Journalisten. Da muss auch einer bezahlt haben. Das war total irre halt, ne? Und die ganze Story, die hat Manni erzählt einfach, ne? Auf seine Art und Weise. Dann wurde er natürlich ins Englisch übersetzt halt. Und das Ding ist wirklich voll mit Fotos, die noch nie einer vorher gesehen hat, ne? Weil ich hab ein großes Archiv gehabt an Dias von Manni. Der Manni hat selber auch noch ganz viele Bilder gehabt, ne? Also ist schon... Ist schon geil geworden, ne? Weiter geht's mit dem Vinyl. Ich denke, da hat sich jetzt erst mal nix... Beim Cover hat sich ja erst mal nix geändert. Zum Original, zum Alten. Aber ich glaube hier... Guck mal hier. Agent Orange lässt grüßen, ne? Jesus Maria, du. Drei attraktive ältere Herren. Damals noch jung. Ja. Ja, dann gab's ja Live-Aufnahmen zu der Zeit. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir auf dem Wacken gespielt haben 2001. Auf dem Wacken gespielt haben, glaube ich, ein bisschen später. Und in Japan haben wir auch gespielt zu der Zeit. Und dann haben wir jetzt praktisch n... n offiziellen Bootleg zusammengestellt. Also zwei Stück mit... mit ein paar Live-Aufnahmen haben drauf, ne? Ist auch... ist auch gut gemacht halt. Soweit... Es war einfach so... Jetzt sollte er einfach so n Bootleg-Charakter haben halt. Jetzt nicht jetzt extra n Cover entwerfen oder malen lassen. Wir gucken noch mal. Zu Vorsicht. Jetzt ist es aber wirklich leer. Also für mich finde ich ein sehr, sehr... großes, stimmiges Paket. Ich guck da später noch mal rein. Wie gesagt, ich seh's jetzt das erste Mal. Hab nix davon gehört. Im Großen und Ganzen. Also... Nach 20 Jahren, würde ich sagen, ist das noch mal was... was sehr, sehr Schönes. wo ich mich sicherlich auch mit beschäftigen werde. Zumal... ich gehört hab, das wurde remastered von Tony Merkel, dem aktuellen Trommler. mit Salombe bin ich jetzt zehn Jahre nicht mehr dabei. Da hab ich sicherlich keine neuen Releases mehr. Aber ich bin natürlich immer noch aktiv. und da wird sicherlich tatsächlich jetzt demnächst was kommen, was wieder härter, schneller ist, als das, was ich vielleicht die letzten Jahre so gemacht habe. Es geht weiter und im Moment ist es so, ich spiele jetzt seit Januar 2018, habe ich mit dem Maka zusammen eine neue Band gegründet, das ist Bonded. Und ich freue mich diesen Monat ganz besonders, also das hat man als Musiker auch nicht oft, dass im November diesen Jahres gibt's gleich zwei Releases für mich. Das ist zum einen ist es hier halt die Neuauflage von der M16, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Aber zum anderen ist es auch, wo ich mich ganz besonders drauf freue, das ist natürlich unser zweites Album, das ist jetzt letzten Freitag veröffentlicht worden, das heißt Into Blackness von Bonded. Und ja, da bin ich auch super glücklich mit und ja, ich hoffe, das gefällt euch auch. Ihr solltet da mal reinhören, ne? Jedes Jahr ist das irgendein Jubiläum, seit 20 Jahren, 25, 30, 40. Also nächstes Jahr ist 40 Jahre, ne? Da wollen wir eventuell was machen, aber ich kann euch ja schon verraten, das nächste Projekt wäre eigentlich jetzt Stepping the Way nach meiner Rechnung halt, ne? Und da müssen wir dann wahrscheinlich auch rangehen halt. Und Andi Brings, mit dem hab ich noch guten Kontakt, also der kann auch, ich weiß von Andi, der hat ja unwahrscheinlich viel Material aus der Zeit, Tapping the Way, der hat alles gesammelt, ne? Und bei Tapping the Way gibt's dann noch die original 24 Spurbänder, die ja eigentlich normalerweise immer verschollen sind, also die sind von unseren Platten fast gar nicht mehr da, weil die damals, die 24 Spurbänder, die wurden alle immer neu komplett durchgelöscht für die nächste Band. Obwohl wir halt immer bezahlt haben, die Bände halt, ne? Eigentlich auch ihre, ne? Und, äh, aber Tapping the Way, ich denk mal, da wird was kommen, ja, das ist wohl das nächste. Und für mich ist dann natürlich auch das nächste 40 Jahre so, und dann, ich weiß nicht, ob ich da da eine große Glocke hänge, ob ich ein bisschen was machen will, ich dann mal SPV, ähm, wird dann vielleicht, oder in Zusammenhang mit BMG irgendwas rausbringen wollen. Das kann ich aber auch noch nicht verraten, aber ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie nächstes Jahr mal eine schöne Show machen, mit ein paar Ex-Musiker dabei, ne? In 40 Jahren ist dann schon auch ein Hausnimmer halt, ne? Da wollen wir bestimmt halt machen. Wir müssen halt abwarten, wie sich alles entwickelt jetzt halt, ne? Ob wir dürfen und können und so, ne? Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017